Schwindelfrei muss ich sehen. Da will ich keine Angst vor dem Hecht tun. Ich muss gerne Blut drücken und kann ihn rundherum haben am Land. Von Uwe, wie gesagt, immer unterschiedliche Sachen, Wirtschaften von Uwe. Das ist aber flott, weil ich über die Jahre nachgucken kann. Den herrlichsten Bausten zu schaffen und von sonstigen, kann ich gut führen. Und eigentlich geht es noch nicht darum. In Zukunft ist es manchmal kein Gedanke. Ich brauche es hier. Die Renovation hat nach viel Bedarf. Das Kind geht selbst wie die anderen. Ich kann nicht zu einem anderen Ergebnis. In diesem Sinne kann ich nur von einem Beruf zum Beruf sprechen. Dass er zufrieden ist. Und ich sage, ich bin Tano. Was aus dem Projekt entstanden ist. Und das sagt ihm auch nur Jungen. Wenn er Angst führt, dass er mich realisiert. Dann kann er auch immer stolz auf sich sein. Dass er es geschafft wird. Und ich schenke bei ihm, dass er ein Stern ist. Ja, das ist ein Beruf. Wenn ich nur was in anderen Dachdecken beginne. Dann schwitze ich ihn, dann tausche ich ihn sich aus. Oder wenn er Probleme hat, erläuft sich immer ein bisschen gegenseitig. Wenn ich nicht in eine lange Stadt gehe oder so weiter. Dann schaue ich auch, warum er halt ist so ein Dach. Wie die Konkurrenz schafft oder so. Ja, ich fühle mich ab. Das ist mein Dramberuf. Und ich gehe mit keinem anderen Beruf. Tauschen.